Energie! Okay, gute Energie jetzt. Das ist kaputt. Das ist heiß. Falsch? Hast du noch keine anderen? Keine. Minus. Du musst sofort neue kaufen. So. Kann man einfach schneiden. So. Rehen. Und? Ayu, das ist kaputt. Papi, kann ich drei Minuten? Papi, kann ich drei Minuten? Brrrr. Brrrr. Dürr. Dürr gedart. Oder? Rö gedart. Rö gedart. Dürr. Gerart Rö gedrat Jetzt geben wir Rö gedät. Dürr. Du. Du. Dürr gedart. Jetzt kommt Aktienstunden in Rö gedart. Dür gedart. Dürr gedart. Jetzt kommt Aktienstunden in Dürr gedart. Ohohoho! Ich habe es. Viele Versiedeln sind konsistent. Zusammen mit Curry ist eine sehr ruhige Geschmack. Ah, ihr vergessen Eishater. Minus. Mag ich drei Mal mit Gemüse koken? Deswegen kann man die Gemüsefarbe immer noch beharten und essen noch ein bisschen Biscuit. Nein, Bispest. Sorry. Wie schmeckt das? Schmeckt sehr gut. Richtig schöne knackige Bohnen. Perfekt. So, danke schön. Willst ihr unbedingt probieren nach... Ich will mich beobachten. Ja. Schmeckt sehr gut. Richtig schön knackige Bohnen. Nein, nein, nein. Ich muss fragen, dann hörst du die Antwort. Oh. Ich bin verdiebt. Heute brauche ich ein Fissarzt. Verpürieren. Der Rest drauf. Der Rest drauf. Minus. Der Rest drauf. Ich muss nicht eine halbe Stunde gucken. Ganz einfach. Fertig. Oder ihr könnt es unten links drücken. Nein, unten links klicken. Oh, so gut. Räugertofus schneiden ihr Schleifen. Nein. Scheiben. 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 Und ein Pläser Zimt. Oh. Es ist lang. Too much. Chili. Ein Kernen. Ah, keine Kernen. Super. Jetzt mache ich den mit einem Papier. Gut drücken und nähen. Oh. Gut gegangen. Scheiben. Und es ist ein leckeres Lepzap. Kinder kann man auch essen. Muss nie Angst vor Kindern. Wütig, wütig und eine schöne Kommunikation. Wie sagt man? Kombi. Und eine schöne Kombi. Okay, tschau. Joinnen.